Warum regt uns Gendern eigentlich auf? Das ist eine unglaublich gute Frage. Warum ist das so? Antworte mir. Ich habe mich richtig aufgeregt. Ich muss nicht so stark versuchen, das Gendern durchzusetzen. Wirken für mich wie dieser eine Schüler in der Klasse, der ständig durch das Schnipsen aufmerksam machen wollte. Wie schlau der eigentlich ist. Wir wünschen aber schon klug. Aber ich habe das nicht gemacht mit dem Schnipsen. Ich wollte in der Schule keine Aufmerksamkeit. Aber ich setze mich fürs Gendern ein. Weil ich bin dafür, dass alle Menschen in der Sprache gesehen werden. Ich setze mich jetzt nicht super stark fürs Gendern ein, weil ich finde, es gibt wichtigere Dinge. Aber dennoch ist es eine gute Sache, die man einfach umsetzen kann. Das geht halt einfach. Hey, das generische Femininum, das wäre natürlich super. Ich bin schon raus. Nein, wir sind nicht. Aber es ist lustig, das Leuten zu sagen, weil die dann sehen, ach, das ist doch nicht so cool, nur mit gemeint zu sein. Ja, True J. Weil ich mir gewünscht habe vom Dozenten, dass er doch bitte einmal in der Sitzung die weibliche Form benutzt. Und so, hä, wieso, wie, also warum genau genderst du? Das ist doch Quatsch. Also man kann gendern und trotzdem entschuldigt den Begriff ein Arschloch sein. Ja, das kann man. Das sagt ja auch keiner. Aber gendern in sich ist schon mal nichts Schlechtes. Und ja, ich finde, man kann erst KlässlerInnen beibringen zu gendern. Dann ist das im späteren Leben viel, viel einfacher. Das ist voll cool. Wenn man Kindern was beibringt und direkt, dass die, wenn die direkt damit aufwachsen, ist das denen leichter. Anstrengend. Bei solchen Debatten wie über das Gendern zeigt die Forschung, werden viele nicht nur emotional, sondern sind auch super gestresst. Und mega krass, der Körper macht sich sogar kampfbereit. Wir treten heute mal einen Schritt zurück. Raus aus der Debatte und versuchen rauszufinden, warum regt uns Gendern eigentlich so auf? Und, wie kommen wir aus der... Man kann auch nicht schon im Nachschluss sein, gestern von gerade im Video gesehen. Tschüss. ...dieser emotionalen Debatte wieder raus. Welches Wort verbinden Menschen mit der Gender-Debatte? Das wollte der MDR in einer Umfrage wissen und das sind die 20 häufigsten Wörter, die die Leute genannt haben. Nebensächlich Luxusproblem, Zeitverschwendung, Nutzlos, Quatsch, überfällig, sinnlos, Krank, albern, idiotisch, überbewertet, übertrieben, nervig, nervt, bescheuert, Müll, Schwachsinn, bekloppt, unpassend, überflüssig, unwichtig, Bullshit, zeitgemäß, Gleichberechtigung... Oh, das ist gut. Zeitgemäß, oh, das auch. Überzogen, Abhängungsmanöver, anstrengend, notwendig, absurd... Achso, notwendig ist auch wieder gut. Mist, Debatte, Blödsinn, unnütz, unnötig, Hörnrissig, Irrsinn, Unsinn. Viel ablistische Scheiße dabei. Lächerlich, genervt, nervend, Respekt. Respekt. Scheiße. Abgehoben, sinnfrei, kompliziert, unflugs, Wohlstandsproblem. Oh, okay. Wohlstandsproblem, wenn man auch angesprochen werden möchte. Na gut. Allein überflüssig haben um die 20% der Befragten genannt. Aber auch sowas hier. Quatsch, Schwachsinn, lächerlich und ja, wir mussten echt ziemlich genau hingucken, um zwischen all den emotionalen und größtenteils abwertenden Begriffen ein paar neutralere Wörter zu finden, wie zeitgemäß, kompliziert oder Gleichberechtigung. Und auch in den Kommentaren unserer eigenen Community, also vielleicht auch von euch, arglich, wir gucken gleich in die Kommentare, steckt wahnsinnig viel Emotion drin. Hört auf zu gendern und fangt an, die Sätze grammatikalisch richtig zu schreiben. Heuleise. Wir sollten vor allen Dingen aufhören, so dämlich zu gendern. Mein Gott, ey, hast du sonst nichts dazu zu sagen? Es ist aber halt wirklich so, weißt du, man gendert einfach in einem Video und die Leute reduzieren alles aufs Gendern. Und ich denke mir so, Alter, du fassst dich doch lieber mit dem Inhalt des Videos. Hauptsache, ihr habt korrekt gegendert. Du armer Knecht, die bösen Linken wollen dich zwingen, was zu ändern. Wir haben daher die unter euch mal gefragt, die solche Kommentare schreiben, unter welchen Umständen wäre gendern für dich okay? Immer. Eure Antworten haben uns dann teilweise echt überrascht, die zeigen wir euch aber später mal. Jetzt wollen wir erst mal gucken, warum wird die Diskussion ums Gendern überhaupt so emotional geführt? Tja, die Recherche dazu war gar nicht so leicht. Die Forschung befasst sich nämlich bisher vor allem mit den sprachlichen Auswirkungen, wie etwa, wie verständlich Gendern ist oder welche Stereotype dadurch erzeugt werden. Wenn euch der Forschungsstand dazu interessiert, dann können wir euch hier diesen Artikel auf quarks.de empfehlen. Aber warum viele Menschen auf dem... Wir haben uns, glaube ich, auch mal angeschaut, tatsächlich. ...das Thema so allergisch reagieren, dazu können wir euch leider keine Studien präsentieren, die genau das untersucht haben. Krass, oder? Und das, obwohl das Thema seit Jahren so hitzig diskutiert wird. Aber natürlich findet man in einigen Fachzeitschriften und Artikeln verschiedene Erklärungsansätze von Fachleuten. Wir gucken uns mal drei Thesen an, die genau dort immer wieder auftauchen. Ich bin sehr gespannt. Menschen fühlen sich gezwungen zu gendern. Was ja auch wieder so wild ist. Niemand zwingt euch zu gendern. Aber wäre cool, wenn ihr es macht, so. Ah, Mann, ey. Ich schlage ja auch keinen, wenn ihr nicht gendert. Ich spreche das nicht mal an, weil es ist so, ich gender, ich mache das gerne, weil ich gerne Menschen inkludiere. Ich bin auch dafür, dass die Leute gendern. Ah, ja, es ist so... Meine Energie ist woanders, glaube ich, besser aufgehoben. Kräse 1. Menschen fühlen sich gezwungen zu gendern. Es stimmt schon. Immer mehr Behörden, Kommunen und Unternehmen veröffentlichen Leitfäden zu gendersensibler Sprache. So was hier zum Beispiel. Vielleicht ist es ja bei euch am Arbeitsplatz, in der Uni oder in der Schule auch so. Manche Medienhäuser nutzen neue Genderformen oder sprechen in ihren Beiträgen den Genderstern mit. Sagen also zum Beispiel LehrerInnen. Wir bei Quarks lassen uns dagegen... Ja, das generische Maskinium ist auch gegendert. Deswegen ist es eigentlich ein Entgendern und kein Gendern. Aber ja. Ja, soziale Normen empfinden viele Menschen als Zwang. Ja. So hat sich die Freiheit, das selbst zu entscheiden. Manche von uns gendern neutral, manche nicht. Andere nutzen weibliche und männliche Formen. Und wieder andere... Ja, aber da werden dann nicht-binäre Menschen vergessen. ...rechen den Glottesverschluss mit. Also diese kurze Pause. Wenn aber der Eindruck entsteht, jetzt müssen alle gendern, dann... Ends musst du nicht gendern. Die Frauen haben sie verloren. Also da ist wirklich... Da musst du nichts... Also das musst du nicht gendern. Man könnte das bei manchen Menschen Abwehr hervorrufen. Bewiesen ist diese Theorie fürs Gendern speziell jetzt nicht. Aber wie die Menschen... Genauer gesagt sind die abgehauen und sind dann bei einem Feuer umgekommen. Aber dennoch, sie haben sie verloren. ...wenn die menschliche Psyche ganz grundsätzlich auf Zwänge reagiert, das weiß man schon. Es gibt dazu sehr viel Forschung. Und der Hauptbefund ist, dass Menschen eine Einschränkung von Freiheit nicht akzeptieren, wenn sie nicht begründet ist. Also... Aber das ist ja begründet. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und das spielt, glaube ich, auch in der Diskussion, glaube ich, eine große Rolle. Was ist die Begründung hinterm Gendern? Ja, es hilft, weil Sprache bildet Bilder im Kopf. So ist das. So funktioniert Sprache. Und deswegen ist es cool, wenn man alle anspricht, weil es nachweislich einen Effekt hat. Das ist ja nachgewiesen. Also worüber reden wir eigentlich? Warum müssen wir darüber diskutieren? Viele Menschen haben den Eindruck, das setzt irgendjemand. Zum Beispiel die Judenredaktion setzt das, ohne dass ich ein Mitspracherecht habe und ohne dass meine Auffassungen berücksichtigt werden. An dieser Stelle mal ein kurzer Faktencheck. Stimmt es überhaupt, dass uns Gendern aufgezwungen wird? Kurz, nein. Das sagt zumindest Henning Lobin. Wir haben keinen verbindlichen Wortschatz, der von einer Behörde oder einem Ministerium festgelegt wird. Und insofern ist es nicht wirklich, bestimmte Formen des sprachlichen Ausdrucks zentral festzulegen. Es gibt zwar den Rat der deutschen Rechtschreibung, aber der ist nur für Rechtschreibung und Zeichensetzung zuständig. Man kann also festlegen, wie etwas geschrieben wird und ob es dann bei euch zum Beispiel in der Schule als Fehler angestrichen wird. Also ob man jetzt googeln oder googeln schreibt. Na, habt ihr es auch schon immer falsch geschrieben? Beim Gendern wird gerade diskutiert, ob der St... Es gibt ein Institut für deutsche Sprache und sagt auch, dass nur 14% der deutschen Gendern für ein wichtiges Thema halten. Ja, es ist auch nicht das wichtigste Thema, ne? Aber es ist trotzdem eine kleine Sache, die man besser machen könnte. Also... Wo ist das Problem, es zu tun? Man inkludiert damit Menschen. Das Problem ist ja auch, dass zum Beispiel nicht-binäre Menschen leider den meisten Leuten in der Gesellschaft egal ist. Also generell kann man das auch nicht, nur weil die Mehrheit das nicht für wichtig hält, heißt es nicht, dass es für manche sehr, sehr wichtig ist, ne? Auch das ist immer wieder so ein bisschen eine Sache. Also nicht-binäre Menschen werden hier schon wieder einfach übersehen. Und Sprache wandelt sich nicht von alleine, sondern indem Menschen so sprechen, wie sie sprechen. Weil Sprache wandelt sich nicht auf einmal, hups, hat sich die Sprache von selbst entwickelt, sondern die Menschen entwickeln diese Sprache weiter, ne? Und Frauen fühlen mich noch nicht ausgegrenzend. Dennoch sagt ja die Faktenlage, ne? Das ist erstmal schön, aber die Faktenlage sagt, dass das bei Kindern und auch bei Erwachsenen einen Unterschied macht im Kopf, an wem man denkt. Und dass Kinder sich zum Beispiel eher andere Berufe zutrauen, wenn man entgendert, als wenn man einfach maskulin gendert. Das ist einfach eine Sache, die halt unumstößlich ist. Also es ist umstößlich, wenn man es halt widerlegt. Aber das ist es halt nicht. Es gibt mehrere Studien in die Richtung, die das belegen. Also sehe ich da auch wieder kein Diskussionspotenzial irgendwie. Guck mal nach England. Dort heißt es immer noch Dear Sir, Madam und nicht wie hier, sehr geehrte Damen und Herren. Ja und? Ist das jetzt gut? Was ist das für ein Argument? Und dann wurde auch abgelegt in Deutschland. Ja, aber nicht einfach so random, sondern da haben halt Menschen nicht mehr genutzt oder anders gesprochen. Also das ist ja gar kein Argument. Der Stern oder das Binnen-I Rechtschreibfehler sind. Die Diskussion läuft aber gerade noch. Solche Rechtschreibregeln legt der Rat der deutschen Rechtschreibung übrigens erst dann fest, wenn sich die Sprache schon verändert hat. Ja, schon viel geändert wurde, aber halt noch nicht genug. Und deswegen... machen wir weiter. Versuchen die Sprache... in was Besseres zu lenken. Ich sehe das Problem nicht. Er verordnet jetzt also nicht direkt eine neue Sprache. Wenn überhaupt, kommt dieser gefühlte Zwang also nicht von ganz oben, sondern eher durch so eine Art gesellschaftlichen Druck. These 2. Geht in der Debatte gar nicht ums Gendern? Ja, möglicherweise, ne? Finde ich... Ich glaube, das Rechte nutzen gerne das Gendern. Gerade im Bundestag merkt man, dass der Redeanteil für... der über das Gendern geht, hauptsächlich aus AfD und CDU kommt. Überraschung. Und die nutzen das gerne, um das halt als lächerlich darzustellen, damit sie halt besser gegen viele Menschen hetzen können. Das Gendersternchen empfinde ich nicht als geeignete Version dafür. Es gibt ja verschiedene Versionen zum Entgendern, ne? Es gibt ja nicht nur das Gendersternchen. Ich hab gesagt, dass alle die Nicht-Gender-Nazis sind. Exakt, das hab ich gesagt, ja. Es geht in der Debatte gar nicht nur ums Gendern, sondern auch um Gefühle und Bedürfnisse. Und die könnten durchs Gendern verletzt werden. Ein bekannter Psychologe, Klaus Grawe, hat ein Modell entwickelt. Und dieses Modell besagt, dass wir alle dieselben Grundbedürfnisse haben. Die Ausprägung ist natürlich... Beste für mich, Ansprache, mehrere Personen. Guten Tag. Finde ich ganz gut. Hallo, geht auch. Hast du noch meine eigenen Worte wieder? Nein, Jay, was willst du tun? Ja. Die Sprache soll sich von alleine entwickeln und nicht das Sternchen einfach durchzwingen. Man zwingt das Sternchen ja eben nicht durch. Leute nutzen das. Niemand zwingt das dir auf. Das ist die aktuelle Entwicklung. Das ist das, was sich da rausentwickelt. Das ist doch genau der Punkt. Von Arbeit ist das so. Ja, übrigens, Firmen dürfen festlegen, wie sie wollen, dass in offiziellen Papieren geschrieben wird. Ich darf das auch. Wenn ich jetzt eine Person anstelle, dann kann ich auch entscheiden, wie die, was unten in der E-Mail stehen soll, als ist links und keine Ahnung. Dann darf ich festlegen, ja, ich darf auch festlegen, wie intern in meiner Firma kommuniziert wird. Wenn ich will, dass hier Leute alle angesprochen werden in meiner Firma, dann darf ich das machen. Das ist meine Entscheidung. So. Das heißt ja nicht, dass du privat gendern musst. Aber wenn es halt um die Firma geht, dann schon. Ja, zusammen ist doch super. Geht auch. Guten Tag geht auch. Hallo geht auch. Also, keine Ahnung. Wobei ich bei offiziellen Dokumenten, ich finde offizielle Dokumente auch gut, wenn sie den Gendern sind, ich habe gerade so einen Jail gelesen. Sorry. Hand. Das finde ich auch gut. Das nehme ich ab jetzt immer in allen Firmen-Mails. Wo muss ich mich bewerben? Ich kann noch nicht, ich habe noch nicht genug Geld zum Einstellen. Sorry. Würde ich gerne, aber noch geht nicht. Individuell verschieden, aber grundsätzlich streben wir alle nach folgenden vier Dingen. Einem Selbstwert, also ein positives Bild von uns. Bindungen zu anderen Menschen. Unlustvermeidung, also dass wir uns von Dingen fernhalten, die uns erstressen. Und Orientierung und Kontrolle, was uns... Den Punkt verkacke ich komplett. Von Dingen fernhalten, die mich stressen, da bin ich nicht gut drin. Also gar nicht. Selbstwert auch nicht. Naja, egal. Machst du nix. Und unser Leben betrifft. Und genau da könnte das Gendern einen wunden Punkt treffen. Wenn zum Beispiel jemand das Gefühl hat, ihm wird eine Sprechweise aufgezwungen, dann ist vielleicht das Grundbedürfnis nach Kontrolle verletzt. Oder wenn es mich nervt, dass ich mich überhaupt mit dem Thema befassen muss, wäre das vermutlich pure Unlust, die wir ja eigentlich vermeiden wollen. Aber ihr hört schon. Könnte, wäre, vielleicht. Die Grundbedürfnisse nach Grave sind jetzt erstmal nur ein Modell. Ob dieses Modell auch beim Gendern greift, ist bisher nicht erforscht. Am Ende hilft es also zu verstehen, was Gendern für die einzelnen Personen noch bedeutet. Wenn es nur um eine andere Art zu sprechen geht, dann wird uns das vermutlich emotional nicht so mitnehmen. Lila oder Violett, mir regt sich darüber schon auf. Anders ist es aber, wenn wir mit der Änderung der Sprache unterschwellig Hoffnungen oder Ängste verknüpfen. Wenn ich zum Beispiel fürchte, gendersensible Sprache ist ein Zeichen dafür, dass sich die Gesellschaft zu meinen Ungunsten verändert. Warum sollte die Gesellschaft sich zu irgendwelchen Ungunsten verändert, wenn man alle in der Sprache inkludiert? Was ist das? Was soll das? Ich weiß nicht. Ja, weil Männer, stimmt. Weil Menschen sich diskriminiert fühlen, wenn andere Menschen die gleichen Rechte bekommen. Wie man selbst. Das ist halt leider immer so der Fall. Dann kann ich das natürlich bedrohlich finden. Ich finde auch diskriminierend, wenn nicht nur einzig und allein Männer angesprochen werden. Privilegienverschiebungen. Und das ist einfach immer irgendwie stark an den Emotionen verbunden. Für manche geht es um Verluste, für manche geht es um Gewinn sozusagen. Dabei ist egal, ob eine Bedrohung real ist oder nicht. Allein das Gefühl, bedroht zu werden, stresst uns. Und dieser Stress versetzt den Körper in Alarmbereitschaft. Das Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt, Stresshormone werden ausgeschüttet, der Körper macht sich kampfbereit. Auch das könnte Auslöser für impulsive, verbale Attacken sein, die wir zum Beispiel in Kommentaren zu unseren Videos sehen, wenn wir gendersensible Sprache verwenden. Und es ist auch wirklich schlimm, wenn man, also, da kann man auch mal wütend werden, wenn Leute innen sagen. Auch mit diesem Glottisschlag, mit dem komme ich gar nicht klar, wenn Leute Spiegelei sagen. Ich bin immer so, was hast du gesagt? Worüber redest du? Also, jedes Mal bin ich raus. Dann ist es auch gefährlich. So ist es auch wirklich, wirklich gefährlich. Spiegelei? Was ist eine Spiegelei? Guck, ich komme nicht damit klar. Das tut mir leid. Und hier kommt noch eine weitere mögliche Erklärung. Ob wir gendern oder nicht, das ordnet uns, zumindest in der Wahrnehmung anderer, fast automatisch einer Gruppe zu. Wir gehören alle irgendwie unbewusst zu Gruppen wie Stadt- oder Landmensch oder ganz bewusst zu Gruppen wie Fan von dem einen oder von dem anderen Fußballverein oder ob ich jetzt Karneval-Fan bin oder totaler Hater. So ist es auch beim Gendern. Gehöre ich zu denen, die aktiv gendern oder zu denen, die es nicht tun? Wenn man gendert, so ist die überwiegende Meinung, denke ich, dann bringt man damit zum Ausdruck, dass man eben diese Formen nutzen möchte, um damit eine ganz besondere Gleichstellung der Geschlechter zum Ausdruck zu bringen. Das ist auch wirklich schlimm, oder? Das ist grauenvoll. Sprachen lernen. Nessi. Und dieses dann auch zugleich als für sich in der Sicht auf die Gesellschaft praktisch als ein wichtiges Anliegen formuliert. Sprache macht also zusätzlich eine gesellschaftspolitische Schublade auf. Das ist ja klar, das ist ja bei allen Sachen, die du nutzt. Also bei allen Sachen, die du sprachlich nutzt. Wenn du das Wort Genderideologie nutzt, dann weißt du eigentlich auch, dass du einpacken kannst. Das ist ja auch, also... ...rechnet mich als jemanden, der ein bestimmtes Modell des Zusammenlebens befürwortet. Nun finden aber andere Menschen ein anderes Modell besser. Und schon haben wir zwei Gruppen. Das finde ich okay. Also, keine Ahnung, wir können uns gerne darüber unterhalten, welches das beste System ist, Menschen sprachlich zu inkludieren. Das ist mir ja Wumpe. Hauptsache Menschen werden sprachlich inkludiert. Keine Ahnung. Gerne, gerne das nach Fettberg nehmen, gerne das nach, also mit dem Ends nehmen, gerne... Ist mir alles egal. Hauptsache wir schaffen es, Menschen besser zu inkludieren und... Ja. Das wäre cool. Wir benutzen das Wort Genderideologie, denkst du an irgendwie ein bestimmtes... Nö, 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 nö. Mädchen, jemand zeigt mit seiner Sprache, dass man möchte, dass alle gleichberechtigt behandelt werden. Das ist richtig schlimm. Ich fühle mich da auch gerade diskriminiert, tatsächlich. Und dann passiert etwas, was Psychologen und Soziologinnen einen In-Group-Bias nennen. Das bedeutet schlicht, Menschen, die uns ähnlich sind, die der gleichen Gruppe angehören, beurteilen wir positiver als Menschen, die eben nicht zu dieser Gruppe gehören. Vielleicht fahren wir deswegen beim Gendern so krass aus der Haut, weil wir Menschen, die nicht unserer Meinung sind, als Mitglieder einer Gruppe wahrnehmen, die wir eben ablehnen. Und dann sinkt natürlich die Hemmschwelle, diese Menschen nach Herzenslust zu beschimpfen. So nach dem Motto, ja, der gegnerische Verein eben. Wichtig ist natürlich, eine Person steht immer für mehr als nur eine Sache. Vielleicht ist die Person, die gendert, ja auch Fan deines Lieblingssängers. Oder die, die nicht gendert, kommt aus dem gleichen Dorf wie du. Ja, aber es ist ja was ganz anderes. Gleichstellung von Menschen oder was für eine Band magst du. Es ist ja schon irgendwo hohen Unterschied, oder? Also, da ist ja, das kannst du doch nicht. Du wirst ja dann, okay, das ist deine einzige Persönlichkeit. Na gut, dann mach es sich nix. Für ein besseres Gespräch könnte es also vielleicht helfen, nicht immer nur auf das zu gucken, was uns trennt, sondern danach zu suchen, was uns verbindet. Denn beide psychologischen Modelle deuten darauf hin, dass es in der Debatte gar nicht... mag Leute nicht die Freiwelt mögen. Ja, das ist ja auch wieder, das ist ja auch wieder ein politisches Statement, ne? ... immer nur um die eigentliche Sprachänderung durch Gendern geht, sondern, dass das viel mehr mit uns und unserer Weltansicht und unserer Stellung in der Gesellschaft zu tun haben könnte. Vielleicht ist die Antwort darauf aber auch viel simpler. These 3, Neues ist für unser Gehirn ein bisschen anstrengender. Ja, manchmal ist das so, Umgewöhnung ist halt immer was, ne? Umgewöhnung ist nicht immer toll. Und deswegen kann uns das natürlich auch schwieriger fallen. Deswegen kann man ja das ja schon ab Kindesalter, weißt du, das ist so viel einfacher. Wenn Leute damit aufwachsen, dann haben sie es nicht so schwer im Leben danach damit. Das Mitsprechen des Gendersternchens, zum Beispiel bei LehrerInnen, bedeutet für unser Hirn erstmal, das ist neu. Aber es ist halt nicht wirklich neu, weil wir kennen, also das Konzept von diesem Glottisschlag kennen wir schon in der Sprache. Unbequem. Der einfachere Weg wäre also, den gewohnten Pfad zu gehen und Lehrer zu sagen, also das generische Maskulinum zu nutzen. Denn so haben die meisten von uns das ja gelernt. Wenn sich in der Sprache, die wir mühsam erlernt haben, etwas ändert, dann kann sich das erstmal falsch anfühlen. Aber grundsätzlich gilt, wenn wir ein neues Wort bewusst nutzen, bildet sich jedes Mal eine stärkere Verknüpfung zwischen den Nervenzellen. Aufs Gendern übertragen würde das bedeuten, wenn wir die gefühlte Pause oft bewusst sprechen, würde es vermutlich irgendwann normal werden. Das funktioniert übrigens auch passiv. Je mehr Menschen das Sternchen mitsprechen, je öfter wir es also Hast du Kinder? Natürlich hasse ich Kinder. Was? Nein. Also, ich habe keine Kinder, weil man leider sehr auch diskriminiert wird als Transperson, was Kinderadduktion angeht. Das alles ist aber noch nicht spezifisch für das Gendern untersucht worden, sondern vor allem für den kindlichen Sprachgebrauch und Ich finde Grundschönen fraglich, ja, die lernen nämlich erst lesen. Ja, richtig, dann lernen die das direkt mit und dann lernen die das als normale Form, wenn Sachen entgendert sind. Das ist ja unglaublich. Und das Erlernen von Fremdsprachen. Wenn wir Fremdsprachen lernen, funktioniert das ja so. Ich lerne jetzt zum Beispiel im Englischen das Wort Woman für Frau. Da muss ich jetzt kein neues Konzept lernen. Beim Gendersternchen kommt jetzt aber noch eine Besonderheit on top. Es geht nicht nur... Möchte ich jetzt gerne fragen, Hei Komoria, sind dir Kinder mit LRS sehr wichtig wirklich? Setzt du dich grundsätzlich für Kinder mit LRS ein oder ist das dir nur beim Gendern wichtig? Weil eigentlich gibt es dazu Statements tatsächlich von genau solchen Organisationen, die sich damit befassen, die auch Vorschläge geben zur, wie man entgendert oder am besten entgendert. Und die sagen, das geht, ne? Also das Gendern ist nicht das Problem. Es gibt auch, gerade wenn du denn jetzt, wenn dir jetzt auf einmal dann plötzlich die Menschen wichtig sind, die jetzt neu Deutsch lernen müssen, dann gibt es da tatsächlich auch einfache Varianten mit dem Entgendern, weil dann musst du weniger diese Formen lernen. gerade im Deutschen ist das so eine Sache. Es wird nicht schwieriger. Es macht dafür keinen Unterschied. Hör doch bitte auf die Menschen, die sich damit auseinandersetzen und sich damit auskennen und Organisationen, die sich dazu äußern. um Sprache, um Sprache, sondern auch... Es gibt andere Stellen, wie gesagt, wo man Sachen einfach, deutlich einfacher machen kann in der Sprache, weil Amtsdeutsch, das ist richtig scheiße für Menschen, die gerade Deutsch lernen und für Menschen, die Schwierigkeiten damit haben. Um Überzeugungen und Werte. Lange Zeit zum Beispiel sind Menschen davon ausgegangen, es war sozusagen eine Gewissheit, dass es zwei Geschlechter gibt, Männer und Frauen. Wenn wir nun weitere Geschlechter in die Sprache integrieren wollen, dann muss sich auch unser Denken ändern, nicht nur unsere Sprache. Beim Gendersternchen, das ja ein Platzhalter für alle ist, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuordnen, kommt also zur rein sprachlichen Veränderung noch was dazu, nämlich eine grundlegende Änderung unseres Konzepts von Mann und Frau. Nun ist es aber so, dass gerade, dass es zwei Geschlechter gibt, besonders tief in unserem System von Überzeugungen, Annahmen über die Welt verankert ist. Und da wissen wir aus der psychologischen Forschung, dass solche tief verankerten Überzeugungen nur sehr schwer zu ändern sind. Leider ja von Sachen, die man halt erlernt hat und dachte, sie wären richtig und dann merkt man auf einmal, es ist nicht mehr so. Da muss man sich halt echt viel hinterfragen. Hinzu kommt, dass wir ohnehin schon in sehr unsicheren Zeiten mit sehr viel Ungewissheit leben. Und wenn dann noch so letzte Gewissheiten, wie es gibt zwei Geschlechter in Frage gestellt werden, dann gerade in solchen schwierigen Zeiten, dann wehren sich Menschen noch mehr dagegen, weil sie wenigstens das letzte bisschen an Sicherheit noch bewahren wollen. Was in unserem Hirn ganz generell vorgeht, wenn wir Meinungen hören, die nicht unserer eigenen entsprechen, das haben Forschende mal genauer untersucht. Und sie haben gesehen, das Hirn, genauer der präfrontale Kortex, also der rationale Teil, der verarbeitet Infos, die eher der eigenen Sichtweise entsprechen, aktiver als Infos, die davon abweichen. wie man da jemals die Geschlechter in Frage gestellt hat, kann ich dir Dr. Voss empfehlen? Vielleicht interessant. Dekonstruktion des Geschlechts aus biologisch-medizinischer Perspektive. Vielleicht spannend. Meinem echten Leben. Achso. Wusstest du, dass man sich eher mit Menschen umgibt, die derselben Meinung sind wie man selbst? Weil ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die das hinterfragen und die sich hinterfragen. Ich kann komischen Leute aus dem Netz zeigen. Das ist eine reale Person tatsächlich. Also wir alle sind reale Personen. Hallo. Uns gibt es auch in echt tatsächlich. Also es sind keine Bots. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Aber ich gehe auch draußen rum. Nicht oft, gebe ich zu. Aber dennoch gibt es mich auch manchmal draußen. Und diesen Dr. Voss, der hält auch Vorträge an Unis. Also den gibt es auch tatsächlich. War schon echt wild hier. Der fragt sich denn selbst, naja, hast du eigentlich recht, das schaffe ich nicht, oder? Machen wir nicht. So, für den Ausdruck wollte ich nicht. Ja, eigentlich bin ich eine KI. Ich meine, irgendwelche Leute, die Frauen als geringwertig ansehen oder ähnliches oder sowas kenne ich nicht und möchte ich nicht, die regen mich sonst nur auf. Ja, leider ist das oft unterbewusst. Das ist ja oft keine Sache, dass jemand aktiv sagt, so ey, die Frauen sind weniger wert, sondern das ist ja oft eine Sache, die man viel unterbewusst macht mit Kleinigkeiten und Kleinsätzen. Also, das ist ja, dadurch, dass es halt in der Gesellschaft sehr verankert ist, hat man das halt auch so erlernt und sieht das oft auch gar nicht als problematisch. Das ist ja auch noch das Problem. Kaffee. Du weißt doch nicht unter dem Tisch erfohlen kannst, zählt nichts, was er sagt, ich warte auf das Video. Das kann ich tatsächlich, ich kann ihn unter dem Tisch erfohlen, aber noch nicht jetzt. Ja, das ist leider leider nicht. so andere Meinungen. Crazy, oder? Und bei einer anderen Studie hat man gesehen, Menschen, die Gegenargumente zu ihrer eigenen politischen Überzeugung zu lesen bekamen, hatten eine sehr aktive Amygdala. Das ist ja auch irgendwie ekelhaft, oder? Das ist das Stress- und Angstzentrum. Übrigens, Higi Kumoria, wenn dir andere Dinge so viel wichtiger sind als das Gendersternchen, warum diskutierst du dann seit geraumer Zeit hier in diesem Chat über das Gendersternchen? Ja. Das ist so meine Frage. Weil es wirkt nicht so. Wenn dir Tierrechtsaktivismus oder gegen Rassismus kämpfen wichtiger ist, dann mach doch das! Dann geh doch und mach das! Das Niemand hält dich auf! So, es ist richtig geil, wenn du das machst. Bitte setz dich gegen Rassismus aus. Bitte gegen Rassismus ein. Bitte setz dich für Tierrechte ein. Tu das! Da hast du echt, also da hast du auch meine Rückenstärkung zu. Aber das hier ist echt unnötig, oder? Also, stimmt, eigentlich, eigentlich, bitte. Bitte. Versucht Ja. Nachzudenken. Bitte. Andere Meinungen können also Stress auslösen. Das könnte vielleicht erklären, warum in einer Umfrage 45% der Befragten sagen, sie unterhalten sich nicht gerne mit Menschen, die andere Wertvorstellungen haben als sie selbst, weil das nicht viel bringt. Aber ihr seht, auch hier, ich merk's grad, ich merk's grad, dass das nix bringt, okay? Ich wünschte, es wär anders, aber du kommst auch echt nicht vom Fleck, egal was du tust. Du drehst dich im Kreis. Ich versuch's ja immer wieder. Können wir uns nur der Frage, warum gerade übers Gendern so emotional gestritten wird, nur über Umwege nähern? Denn uns ist bei unserer Recherche keine Studie in die Finger gekommen, die die Hirnaktivitäten bei Menschen misst, die Gendern doof finden oder Menschen, die Selbstständern und bei anderen das generische Maskulinum hören. Also wollen wir wissen, wie kommen wir aus dem Streit wieder raus? Also, ich glaube, dass alle Seiten anerkennen müssen, dass auch die andere Partei gute Argumente und auch gute Absichten hat. Ich würd gern die guten Argumente hören. Und dann muss man sich zusammensetzen und sprechen. Miteinander sprechen, nicht übereinander sprechen. Hier mal drei Learnings, die wir hilfreich haben. Jesus. Wer mag da wohl irgendwie, ich weiß nicht. Beide Seiten müssen da Recht haben. Wenn die einen von Gender Wahnsinn reden, dann haben wir einen Punkt. ist die Verknüpfung sehr negativ und durch beides, klar, können sich andere beleidigt fühlen. Die einen werden ja indirekt als ungerecht bezeichnet und die anderen als wahnsinnig. Das ist jetzt nicht sehr zielführend. Weniger Angriff ist besser, hat uns auch die Psychologin Dorothee Scholz geschrieben. Ja, wir haben uns leider versucht, also das ist so doof, man versucht das immer wieder mit reden und reden und reden, aber irgendwann, bis du halt auch an dem Punkt wirst, denkst du, das bringt doch nix. So, wie oft ich Leuten kein Teil nicht erklärt hab, warum das sinnvoll ist, was das bringen kann und so weiter und so fort, dann wird man nur beleidigt. Und dann stehst du halt auch da und denkst dir so, ja dann, aber was denn jetzt? So, was soll ich denn jetzt machen? Für gute Diskussionen ist häufig auch das Motto Lösungen statt Schuldige sinnvoll. Wenn zum Beispiel jemand sehr im Vorwurfsmodus ist, auch mal fragen, wie die jeweilige Situation aus Sicht des Gegenübers besser gestaltet werden könnte oder wie er Fragestellung XY Ja, dann macht man das und dann sagt eine Alicia Jovia, wir lassen es, wie es ist. Ja, aber wir wissen doch, dass der Status quo nicht gut ist. Und dann hängst du da und kannst ihn nur an den Kopf packen. Das ist ja das Problem. Und dann wenigstens irgendwelche sinnvollen Lösungen. Es gibt ja verschiedene Lösungswege und ich bin auch offen für verschiedene Lösungswege, aber manchmal bist du dann da und stehst da, ja nee, so funktioniert es nicht. Und weil wir diesen Ansatz echt interessant fanden, haben wir das mal versucht. Ihr erinnert euch. Wir haben einige von euch gefragt, unter welchen Umständen wäre Gendern für dich okay? Und viele Antworten waren so. Unter keinen. Warum sollte man gendern? Überhaupt nicht. Das ist linksgrüner Mist. Guck, und mit denen kannst du doch nicht reden. Wie willst du denn mit diesen Menschen reden? Was ist denn das? Gibt's doch keine Grundlage. Da gibt's keine Diskussionsgrundlage. Achso. Wenn du halt als... Ach, keine Ahnung. Wenn du linksgrün schon als Beleidigung siehst, dann kannst du eigentlich auch hinzureden mit den Menschen. Weiß ich, also... Was bringt mir das denn dann? Was bringt mir das denn für ein Nährwert? Gar keinen. Wer hat sich diesen Blödsinn ausgedacht? Manche aber auch so. Danke erstmal für die Frage. Hätte damit nicht gerechnet. Solange es keine einheitliche Regelung gibt, sollte man beim Alten bleiben. Es wird auch erstmal keine einheitliche Lösung gibt. Das entwickelt sich halt gerade, ne? Und wenn man, wenn man, indem man beim Alten bleibt, entwickelt man es nicht. That's the problem. Wenn der Sender der Botschaft das weibliche Geschlecht explizit in den Vordergrund der Sachaussage stellen möchte. Die lösungsorientierte Frage hat also nicht immer zu einer sachlichen Antwort geführt. Aber trotzdem haben wir das... Das Gefühl, die Diskussion lässt sich dadurch manchmal ein bisschen versachlichen. Das nehmen wir also mit. Zweitens, nicht sofort in die Debatte einsteigen. Dem Hirn also Zeit geben, sich vom ersten Schock zu erholen. Erstmal durchatmen, nachdenken. Dann sind wütende Äußerungen unwahrscheinlicher. Es gibt nämlich eine Theorie, die auch in verschiedenen Studien nachgewiesen wurde. Normalerweise verarbeiten wir Informationen hier, über den langen Weg im präfrontalen Kortex, wo unser logisches und rationales Denken angesiedelt ist. Solange es niemand macht, soll doch niemand damit anfangen. So. In bedrohlichen Situationen nimmt unser Hirn aber gerne die Quick and Dirty Route, über die Amygdala, unser Angstzentrum, ihr erinnert euch vielleicht, und reagiert direkt. Im Zweifel ist so eine direkte Reaktion überlebensnotwendig. Bei hitzigen Diskussionen eher nicht. Drittens. Komm doch an, wie hitzig. Bald rennen, ernähren, ja richtig, genau. Sich daran erinnern, dass es keine richtige Sprache... Danke für den Kaffee. Diskussionen eher nicht. Drittens. Sich daran erinnern, dass es keine richtige Sprache gibt. Unsere Sprache... Doch, die deutsche Sprache, ich will, dass wir so reden wie vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, es ist mir egal, Hauptsache, Hauptsache. Wieder zurück in die alte Zeit, wo alle so hochgestochen geredet haben. Haben sie gar nicht. Aber wo, wo hochgestochen alle und so. ...verändert sich andauernd, weil sich auch unsere Umwelt um uns herum verändert. Wir brauchen neue Begriffe, wenn wir neue Dinge erfinden. Computer ist ein gutes Beispiel. Oder das Internet. Und manches verschwindet auch wieder, weil es nicht mehr gebraucht wird, weil es inzwischen vielleicht modernere Begriffe gibt. Oder redet ihr euren Onkel noch als Oheim an? Ja gut, wenn nicht. Also das ist ja wirklich normal. Das mache ich, das mache ich. Für wahr, ja. Und deshalb kann es auch gut sein, dass neue Wörter oder Sprachwendungen, die uns heute riesig aufregen, uns morgen völlig egal sind. Entweder, weil sich das Neue nicht durchgesetzt hat, oder weil es einfach normal geworden ist. Vieles wird auch eben in der Sprache nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir haben uns gefragt, welche Beispiele aus der Vergangenheit gibt es, bei denen es auch größeren Widerstand gab. Und wie ist die Situation heute? Meine 93 Jahre alte Mutter beispielsweise, die kann sich noch heute darüber aufregen, dass sie in den 50er Jahren im Büro als Fräulein bezeichnet worden ist und so ernsthaft angesprochen worden ist, weil sie das natürlich als etwas, als eine Kleinmachen empfunden hat gegenüber der verheirateten Frau, die als Frau angesprochen worden ist. Und in der Tat hat sich ja die Verwendung des Wortes Fräulein spätestens seit den, ich würde mal sagen, 80er Jahren, vielleicht auch schon seit den 70er Jahren sehr stark zurückgezogen. Und heute wird es im Grunde genommen nur noch ironisch eingesetzt und nicht mehr um unverheiratete Frauen zu kennzeichnen. Vielleicht ist es also gut, sich klarzumachen, dass sich bestimmte Ausdrucksweisen nur durchsetzen, wenn sie von der Mehrheit angenommen und auch mitgemacht werden. Wenn man das benutzt, ja, ach. Sprachentwicklung, sagt zumindest Henning Lubin, sei ein urdemokratischer Prozess, den alle durchs Sprechen automatisch mitgestalten. Wie ist das bei euch? Diskutiert ihr noch über das Gendern? Falls ja, habt ihr vielleicht einen Tipp, wie dieses Gespräch nicht mehr so emotional ablaufen kann? Aber auf die Fakten hören und nicht irgendwelche anderen marginalisierten Gruppen vorschicken, um das eigene zu rechtfertigen, sondern auch zu schauen, was da eigentlich gesagt wird drüber. Also wirklich auf die grundsätzlichen Fakten hören und auch auf die Gruppen hören und sie nicht nur nutzen. Ist das vielleicht... Schreibt es uns bitte unten in die Kommentare. Und am besten verpasst ihr nichts mehr von uns. Dafür müsst ihr uns nur abonnieren und die Glocke aktivieren. Hier noch zwei weitere Videos von uns. Klickt gerne mal rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Klar, man sieht sich nach uns rein. Schüsseldorf, ne? Hast du dich so richtig... Aus Rheinland, falls wir uns nicht wiedersehen und so. Danke für das Video. War okay. War okay. War irgendwie... Die Diskussion nebenbei war schlimmer. Aber, naja, gut. Ich frage mich immer, wieso es manchen Leuten so wehtut, dass man durchs Gender mehr Menschen inkludiert. Ja, ich verstehe es auch nicht. Oh, ist eine perfekte 5 von 7, das stimmt. Auf Wörsing. Ja, San Francisco, genau, ja. Wenn es Menschen gegen Genern sind, benutze ich weniger Gender Gaps und mehr inklusive Formulierung. Das nervt sie ganz besonders. Frech. Das nervt sie ganz besonders.